Unsere Erythrozyten haben nur einen Job. Sie müssen den Sauerstoff ins Gewebe bringen. Und damit der Sauerstoff überhaupt Bock hat, bei den Erythrozyten mitzufahren, brauchen sie Hämoglobin. Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff, der den Erythrozyten ihre Farbe verleiht. Sauerstoff bindet sich an das Hämoglobin und reitet dann mit den Erythrozyten durch den kompletten Kreislauf. Auf dem Rückweg von den Zellen zu der Lunge nimmt das Hämoglobin das Kohlendioxid mit. Woher steht das Kohlendioxid? Wenn es eine Sache gibt, die ich in der Krankenpflegeschule und auch im Biologieunterricht gelernt habe, dann, dass die Mitochondrien die Kraftwerke der Zelle sind. Was machen Kraftwerke? Sie produzieren durch Verbrennung oder sonst was Strom. Und bei der Verbrennung entsteht Kohlendioxid. So habe ich es mir zumindest gemerkt. Der Kohlendioxid muss also aus den Zellen zur Lunge gebracht werden, damit wir wieder ausatmen können. Können wir das nicht, werden wir sauer, weil Kohlendioxid einen sauren Anteil hat. Die Sauerstoffsättigung gibt uns an, wie viel Prozent des Hämoglobins mit Sauerstoff beladen ist. Der diagnostische Wert ist ähnlich dem des Sauerstoffpartialdrucks. In erster Linie gibt uns dieser Wert Auskunft über die Effektivität der Atmung und die Effektivität des Sauerstofftransports. Die Sauerstoffsättigung können wir entweder über eine Blutprobe bestimmen oder über einen Pulsoximeter. Fast der gesamte Sauerstoff, den wir in der Lunge aufnehmen, bindet sich an das Hämoglobin. Nur ein sehr kleiner Teil ist dann noch frei als Gas im Blutgefäß messbar. Und diese Messung, diesen Wert, nennen wir Sauerstoffpartialdruck. Der Sauerstoffpartialdruck hat den größten Einfluss darauf, wie gut sich der Sauerstoff an das Hämoglobin bindet. Die Normwerte für die Sauerstoffsättigung liegen, je nach Lehrbuch, zwischen 90 und 98%. Diese Werte muss man aber an den Patienten anpassen. Das heißt, bei Kindern und bei jungen, gesunden Erwachsenen würde man eher Werte Richtung 100% als Normwert ansehen. Bei älteren Patienten oder Patienten mit Lungenerkrankungen toleriert man deutlich niedrigere Werte. Die Grenze für die Sauerstoffsättigung muss man aber individuell an den Patienten anpassen. In welchen Fällen sind die Werte zu niedrig? In erster Linie, wenn wir eine schlechtere Sauerstoffaufnahme in der Lunge haben, dann gibt es noch gewisse Bluterkrankungen oder auch Vergiftungen mit Cyan-Cali, die verhindern, dass Sauerstoff sich an Hämoglobin binden kann. Und auch, wenn der pH aus dem Gleichgewicht gerät, kann der Sauerstoff nicht mehr so gut an das Hämoglobin gebunden werden. Was ich euch in einem anderen Video schon gezeigt hatte. Die Sauerstoffsättigung ist zu hoch, wenn wir einfach zu schnell und zu tief einatmen oder wenn wir den Patienten zu viel Sauerstoff anbieten. In der Regel aber keinen Krankheitswert, sondern ist im Gegenteil manchmal sogar erwünscht. Das war es für die arterielle Sauerstoffsättigung. Im nächsten Video schauen wir uns die venöse Sauerstoffsättigung an. Bis dann, ich wünsche euch einen ruhigen Dienst. Ciao.